Sie haben heute mit dabei einen Traktor. Ihre Besonderheit, das ist auch ganz, ganz wichtig. Sie haben einen wahnsinnig guten Schrittführer. Sie kommen mit 15 Minuten. Zwei Menschen, zwei Hexen, vor kurzem Engel. Ihre Helmut Ortschall ist in der Kirche, der Gräbis. Sie sind am Herzen der Kirche bei uns im Spital der Tür. Sie sind dem herzlichen Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020